Ja, Lehrling im Personalgespräch, da kannst du eigentlich, wenn du im Personalgespräch bist, brauchst du gar nicht hin. Na, wenn du WhatsApp hier, wir müssten mal mit dir reden, so, über deine Arbeitsweise, kannst du gleich sagen, alles klar, ich suche mir schon selber nochmal einen neuen Lehrlingsbetrieb. So, Chef, noch nichts, wir haben so stift gesagt und ich dachte, ich mach das auch einfach. Okay, vergessen wir das. So wie die Mundreinigung heute Morgen. Wir haben unser Gespräch heute zum Ende des Jahres, du weißt, was das bedeutet, oder? Dass wir am letzten Tag so tun, als wenn wir ein bisschen Ordnung in den Saustall hier bringen und sie haben nachher am Abend... Oder... ...als würden wir so tun, als würden wir am letzten Tag so arbeiten. Also ich kenn da so Leute, also ich würde es nie machen, ne? Aber so gerade auch so vor Weihnachten, wenn man weiß, man hat dann bis November genau, bis Januar dann frei. Klar, da gibt man am letzten Tag, gibt man öfter sein Bestes, ne? Das ganze Jahr über macht man so ein bisschen, ja, ein bisschen Pause, ein bisschen geliegener, weil ich hab ja auch Rücken und so, ne? Und dann kann man so am Ende des Jahres, kann man nochmal so ein bisschen Power geben. Aber auch nicht zu viel. Nein, wir gucken, ob du meine Erwartungen erfüllt hast dieses Jahr. Um ihre Erwartungen zu erfüllen, hab ich meine Messlade extra tief gesetzt. Extra tief gesetzt, wie ich dein Gehalt im Prinzip. Sie brauchen ja einen Ausgleich, um wenigstens hier in der Firma was zu meinen zu können. Ich mein, zu Hause sieht das ja bei Ihnen ganz anders aus. Noch tiefer und ich wäre unter den Pantoffeln, unter denen Sie zu Hause stehen. Es reicht jetzt auch wieder, sonst machst du Limbo unter der Messlade, um den Boden aufzuwischen. Mit anderen Worten 1 zu 0 für mich dann quasi, ja. Berufsschule lief dieses Jahr ja auch nicht wirklich prickelnd, oder? Weil ich hab mich quasi wie ein Chameleon dem Erfolg der Firma auch da angepasst. Geschwänzter Unterricht. Ich hab mich damals auch an meine Firma angepasst. Meine Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht hab, war scheiße. Und deshalb war ich dann persönlich in der Schule auch scheiße. Stimmt noch nicht mal, ne? Der hat einen Deutschtest. Also, gut, ich hab auch nur eine 2. Ich hab auch dann nur eine 2 bekommen. Da war ich auch ein bisschen sauer. Bei Endpunkte. Aber da gab's dann Leute, die haben dann eine 5 oder eine 6 geschrieben. Ist das Haus, was ist das? Könnte ein Adjektiv sein, ne? Das beschreibt mich ja, ich bin in ein Haus, also fett wie in ein Haus. Ich hab's echt heiße. Ne, 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 krank. Wenn du mal da warst, hast du gepennt, sämtliche Tests verhauen, mit dem Privatauto in die Kfz-Werkstatt dort gefahren, um dran rumzuschrauben, Stühle an die Decke geschweißen. Wir haben aber gehalten, ne? Die Naht war schon. Dem Mathelehrer gesagt, er sieht aus wie Potato hat aus Toy Story. Ja, aber ich meine, so sieht er auch aus. Ja, okay, gut, das sieht wirklich so aus. Außerdem noch auf den Parkplätzen gedriftet, Armdrücken mit dem Hausmeister gemacht und Berichtshelf. So, was ist mit dem Berichtshelf? Ja, was soll ich dir das jetzt alles noch vorlesen, oder was? Ja, klar, ich hab da nichts zu verbergen. Okay, kommen wir mal ganz... Ich hab mein Berichtshelf auch immer gemacht. Also immer dann am Jahresende dann. Und wenn sie von mir ein Berichtshelf sehen wollten, wollte meine Firma öfters, des Öfteren und die Schule genauso. Also, da hab ich halt schnell was hingeschrieben. Und, ähm, ja, die Unterschrift, ne? Tja, gab's keine, ne? Aber haben die immer angenommen, ne? Ich hab dann Ende des Jahres, hab ich dann meine Berichtshelfte abgegeben und da stand etwas ganz anderes drin. Denn ich wusste noch nicht mal, was in meinem Berichtshelfte drin stand, weil... Hab ich nie geschrieben. Hab ich abgeschrieben, aber nicht geschrieben. So, Montag und Dienstag den ganzen Tag gefickt. Mittwoch den ganzen Tag gebohrt. Donnerstag nur geschnitten. Und Freitag steht einfach nur bauen. Ja. Was denn bauen? Schneemann bauen? Baumhaus bauen? Was hast du denn gemacht? Handwerkliche Dinge bauen. Was handwerkliche Dinge? Weißt du, wie das aussieht? Dass du irgendwie drei Jahre nichts eingetragen hast und alles an einem Tag dann irgendwie zusammengewurschtet hast. Alles aus der Finger gesagt. Das ist aber jetzt, das ist jetzt eine Unterstellung. Das wollten sie mir auch unterstellen. Die, die, nee ich, die sind eine Beweisführung. Beweist es mir, dass ich das wirklich... Ich hab's am Ende des Tags gemacht. Ja, aber ihr müsst mir das erstmal beweisen, ihr Kunden. Die waren echt froh, wo ich dann weg war, ne? Wo ich dann meine Ausbildung abgeschlossen hab, ne? Ich war auch froh, sehr froh, ne? Tausend Kreuze gemacht und gesagt, nee, du hast jetzt eine Ausbildung, aber du machst den Beruf nie wieder. Mal pünktlich gemacht. Dann willst du mich hops nehmen, oder was? Du bist nicht der erste Lehrling, der das so macht bei mir hier. Warum nimmst du dir nicht einfach mal die zwei Minuten nach Feierabend und trägst das direkt ein? Warum nehmen sie sich die zwei Minuten nach Feierabend und trägst das direkt ein? Warum nehmen sie sich die zwei Minuten nach Feierabend und nehmen Zahnseide? Also dann unterschreib ich da so nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht sind sie ja auch das Problem. Dann ist deine Pflicht, das vernünftig und akkurat auszufüllen. Genauso wie das ihre Pflicht ist, mich vernünftig und akkurat auszubilden. Und dieser Pflicht komm ich ja wohl nach. Genau, deswegen musste ich die ersten drei Monate auch nur aufräumen und schicken. Ja, dann musst du auch erstmal die Grundlagen lernen. Und die Grundlagen lerne ich, wenn ich den ganzen Tag die Schippe hab und die Karre schieb. Ja, dann kannst du Karre schieben, kannst du Arbeit kriegen. Ich hasse diesen Spruch, den höre ich seit drei Jahren jede Woche. Vor allem, ich dachte, ich habe ja dann danach sofort meine Zweitausbildung begonnen. Auf dem Bau, als Industrieisolierer. Und ich dachte so, ja, geil, wieder jetzt drei Jahre erstmal eine Ausbildung, wird voll gechillt. Ich komme auf die Baustelle, ersten Tag. Jo, also du machst die ganze Wand jetzt schon mal fertig, die tust du schon mal isolieren. Dann bräuchten wir dich mit einer Leiter, die übrigens zehn Meter hoch war. Da gehe ich doch nicht hoch, ich bin doch nicht bescheuert. Wenn ich über die Knochen brechen will, dann warte ich einfach auf den Winter und fliege hin vor der Arbeit, dass ich noch schön was bezahlt bekomme. Aber das ist eine andere Geschichte. Und am ersten Tag habe ich mehr gebaut oder mehr gemacht, als in meiner drei Jahre, in meiner ersten Ausbildung. Wirklich. Ich habe so gedacht, alles klar, das ist mir schon wieder hier zu viel. Ich will lieber kehren, ich will lieber kehren. Ja, am nächsten Tag musste ich dann schon zur nächsten Baustelle und da helfen. Ja, das war, nee, nee. Ich dachte, ich bin hier in der Ausbildung. Ich dachte, ich lerne erstmal, wie man kehrt oder wie man hier Pause macht. Das sind doch die essentiellen Dinge. Wann macht man Pause? Wie macht man Pause? Wie lange überzieht man die Pause? Sowas wollte ich in meiner Ausbildung wissen und in der Schule. Und ich hast deinen Ton hier, Freunde. Ja, soll ich jetzt anfangen zu singen oder was wollen Sie von hier? Ich will, dass du deine Arbeit vernünftig machst. Also quasi das gleiche wie letztes Jahr. Du hast so noch ein halbes Jahr, da will ich sehen, wie du Vollgas gibst hier. Wieso ein halbes Jahr? Ich habe das schon ausgelernt. Wann das denn? Vor 44 Videos genau. Achso, ja gut. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, was nimmst du denn aus dem Gespräch hier mit, Freunde? Dass ich für immer dein Schwester und Lehrling sein werde? Ja, das sowieso. Und ich will, dass du Gast gibst. Ich will sehen, was du drauf hast. Also genauso wie letztes Jahr. Ja, genauso wie letztes Mal. Und jetzt raus hier. Außerdem ist man ja nur so gut wie das schwächste Glied. Und das ist bei mir ja der Geselle. Also wird das nächstes Jahr auch nichts mit Ihnen wünschen. Ich hatte witzigerweise in meiner ersten Ausbildung, das lag aber auch so ein bisschen dran, dass ich mich mit dem Chef unfassbar gut verstanden habe. Also der Chef war mir scheißegal, aber vielleicht, dass man, ne? Also ich habe mich schon richtig gut mit denen verstanden. Grüße gehen übrigens raus. Ja, so und so. Und das war relativ früh. Mein Lehrlingsgehalt fand ich scheiße. Und ich habe so gesagt, passen Sie öff. Passen Sie öff. Wenn ich jetzt hier alles schon alleine mache. Ich habe wirklich schon nach einer Woche alles alleine gemacht. Dann möchte ich ein bisschen mehr. Ja, nee, geht nie. In Vertrag steht das und das und so viel bekommst du auch. Und ihr kriegt ja auch keine Nachtschichtzuschläge oder Wochenendzuschläge. Da habe ich gesagt, passen Sie öff. Wenn ich jetzt im ersten Ausbildungsjahr, in der ersten Woche, oder in der zweiten, Entschuldigung, in der zweiten Woche schon alles alleine machen muss, möchte ich trotzdem ein bisschen mehr Geld haben. Guckt er mich so an und hat gesagt, ja, okay, komm, machen. Ich musste wirklich nach einer Woche, ich musste dann wirklich alles selber machen. Alles, ne? Die haben mir das eine Woche gezeigt und danach, normalerweise bist du ja da als dritte Person, ne? Also du wirst dann rumgeführt in den drei Jahren und du lernst da halt Sachen. Du wirst angelernt, ne? In den einzelnen Bereichen. Ich wurde dann nicht wirklich angelernt. Ich musste mir alles selber beibringen. Wie man zum Beispiel, wenn man zwölf Stunden in Gebäude bewacht, wie man den Bäcker richtig stellt. Dass man früh genug rauskommt und solche Dinge. So, dass man von keinem erwischt wird. So, ne? Also das war, war sehr, sehr geil eigentlich, ne? Ich habe vor den drei Jahren sehr viel geschlafen. Ich konnte sehr viel über mich selber nachdenken. Ich habe auch sehr viel auf Netflix mir angeguckt. Und wir hatten ja auch dann Telefonate, ne? Zwischen den einzelnen Zentralen. Und ich wusste immer so, wann, also wir hatten immer bestimmte Punkte, äh, bestimmte Uhrzeiten, wann die anrufen. Ja, da habe ich immer Bäcker gestellt und, ach, bin rangegangen und habe weitergeschlafen. War halt nur doof, weil wir hatten mal Leute aus dem Ausland. Und, ähm, das Gelände, was ich da verteidigen musste mit meinem Leben, ähm, da hatten, äh, da gab es direkt für ein Hotel, gab es ja Unterkünfte direkt für Studenten und so. Und, ja, war doof. Der hat dann bis, äh, früh am Morgen, ähm, ja, vom Geländer gewartet. Und, ähm, ja, da hat er mir auf Englisch, äh, dann gesagt, dass er schon, äh, mehrere Stunden hier vorwartet. Und, äh, ihnen wurde gesagt, dass hier eigentlich jemand ist, der auch, ähm, solche Leute reinlässt und, äh, die dann in die Zimmer aufteilt. War, ich war da, aber ich habe geschlafen. Da, gut, das sind alte Kamellen, ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seht uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst WhatsApp da und schauen wir. Wir sehen uns. Haut rein und tschüssi.